Wie können wir sofort viel glücklicher im Leben sein? Thorsten Wittmann, ich begrüße Sie heute aus Florianópolis, aus der brasilianischen Metropole im Süden, hier sehr bekannt für die wunderschönen Strände. Mein heutiges Thema geht um Glück. Und wissen Sie was, man braucht nicht unbedingt Strände, um glücklich zu sein. Glück kann eine konkrete Entscheidung sein. Man kann sich in jedem Moment dazu entscheiden, glücklich zu sein, auch wenn es vielleicht nicht immer ganz einfach ist. Und darum geht unser heutiges Tippvideo, nachdem wir uns nachher auch gleich noch ein paar ganz tolle Impressionen aus wirklich diesem wunderschönen Ort hier ansehen werden und Sie erfahren, wie Sie noch viel mehr solcher Tipps erhalten. Ja, und da möchte ich Ihnen hier eine Übung weitergeben. Und zwar entscheiden Sie sich einfach mal, 15 Minuten nur glücklich zu sein. Und schauen Sie einfach mal, was dann passiert, wie Sie sich fühlen. Und einfach nur, was Sie die Entscheidung getroffen haben, vielleicht einfach grundlos sogar glücklich zu sein. Und dann, als zweites, können Sie gleich im Anschluss machen oder am nächsten Tag und einfach beobachten, was passiert, dass Sie sich 15 Minuten entscheiden, nicht glücklich zu sein und wie Sie sich dann dabei fühlen. Vielleicht wird es Ihnen nicht mal mehr gelingen, nachdem Sie ja diese Referenzverfahren und das Glücklichsein zwar am ersten Mal auch wirklich hatten. Und Sie werden feststellen, dass Glücklichsein viel mit der eigenen Einstellung und Entscheidung zu tun hat. Ja, das ist alles. Das möchte ich Ihnen heutige Inspiration an die Hand geben. Ja, ich wünsche Ihnen ein glückliches Leben, voll voller finanzieller Freiheit zu leben. Wenn Sie noch viel mehr solcher Tipps und Inspiration haben möchten, dann klicken Sie neben diesem Video, tragen sich dort mit Ihrer E-Mail-Eintragung, auf den orangenen Button jetzt eintragen und Sie erhalten auch viel mehr solcher Tipps, um finanzielle Freiheit zu leben. Und ich würde mich sehr freuen, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Und ich lasse mir wieder was ganz Tolles für Sie einfallen. Versprochen. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Herzlichst, Ihr Thorsten Mietmann. Als ich mich mehr mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen wollte, da war er natürlich gleich mein Ansprechpartner. Ich freue mich, Sie wiederzusehen.